Klimaschutz ist das Gebot der Stunde. Um das Klima zu schützen, bedarf es verschiedenster Maßnahmen, bedarf es verschiedenster Gesetze und anderer Aktionen, die oft monatelang bearbeitet werden, bevor sie das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Wer sich dafür interessiert, kann aber oft schon vorher an diese Informationen herankommen und wir wollen uns in der heutigen Folge von drei Minuten Umweltrecht ganz kurz mit dem Zugang zu diesen Umweltinformationen beschäftigen. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber & Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Wie komme ich an Umweltinformationen heran? Das ist gar nicht so schwer, wie es auf den ersten Blick aussieht. Wir haben in Österreich in Umsetzung einer EU-Richtlinie das sogenannte Umweltinformationsgesetz und nach diesem Gesetz sind die sogenannten informationspflichtigen Stellen tatsächlich eben zu dieser Informationsweitergabe verpflichtet, wenn sie eine entsprechende Anfrage eines Interessierten oder einer Interessierten erhalten. Wer darf nun solche Anfragen stellen? Jede natürliche oder juristische Person und man muss nicht einmal irgendein Interesse daran nachweisen oder irgendeine Begründung beibringen. Was muss die informationsverpflichtete Stelle alles herausgeben? Die Umweltinformationen. Und das sind sehr breite Umweltinformationen. Das sind Informationen über den Zustand von Umweltmedien, von der Atmosphäre, vom Boden, vom Wasser und so weiter. Das sind genauso Faktoren wie Energie. Das können Maßnahmen sein, die sich quasi in der Pipeline befinden, um vielleicht einmal zu einem Gesetz oder zu einer Verordnung zu werden. Das können sogar Berichte über die Umsetzung von diversen umweltrechtlich relevanten Programmen sein. Das können sogar Kosten-Nutzen-Rechnungen sein, die gelegentlich einmal bei den informationspflichtigen Stellen anzustellen sind. Wer ist nun aller informationspflichtige Stelle? Auch das ist sehr breit. Informationspflichtig sind jedenfalls Verwaltungsbehörden, sowohl beim Vollzug des Gesetzes als auch im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung, aber auch die sogenannten öffentlichen Unternehmen. Das heißt Unternehmen, die vom Staat besessen werden, wo der Staat die Mehrheit der Anteile hält. All diese informationspflichtigen Stellen können von jedermann zu jeder Zeit und vor allem ohne Begründung um die Preisgabe dieser Umweltinformationen angefragt werden.